So, ein kleines Update aus Australien, aus Melbourne. Der kleine Chris, der schläft hier gerade. Den könnt ihr euch ja mal angucken. Ich habe im Flugzeug zu viel geschlafen und deswegen kann ich nicht schlafen. Ich habe gerade das erste Video geschnitten, das lädt auch hoch, aber es dauert noch 371 Minuten. Are you fucking kidding me? Ah, voll scheiße, naja. Ähm, ja, in vier Stunden geht unser Flieger. Der Chris hier steht um 6 auf und ich such dir hier noch bei Whatsapp oder so. Also, wer mir schreien will, schreibt mir, ist langweilig. Ja, das war's. Achso, und kalt ist mir hier. Der Chris hat mir seine Jacke gegeben. Mir ist extrem kalt, obwohl hier 20 Grad sind oder so. Aber, keine Ahnung, mir ist kalt. Alles klar, dann grüßt mir Deutschland. Boah!